Herrn Hausmann, Karl-Christian Hausmann, der ist der stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU in Stuttgart und der wird jetzt zu uns sprechen. Der ist ein ganz Engagierter bei der Demo für alle und ich bin sehr, sehr froh, dass er uns so gut unterstützt und dass er heute hier sein kann. Danke, Herr Hausmann. Ich hoffe, Sie hören mich gut, auch am hinteren Ende des Platzes. Liebe Teilnehmer der Demo, liebe Eltern, liebe besorgte Bürger, wir haben uns heute hier versammelt, um gegen den Bildungsplan der grün-roten Landesregierung auch in seiner modifizierten Form zu protestieren und dafür auch, dass Ehe und Familie als Leitbild erhalten bleiben. Das ist nicht nur unser gutes Recht, sondern das ist auch Verfassungsinhalt und in einer gewissen Weise leben wir Verfassung. Wir leben die Verfassung und indem wir die Verfassung leben, schützen wir auch die Verfassung und wir machen von unseren demokratischen Rechten Gebrauch und deswegen freut es mich sehr und es ist sehr zu begrüßen, dass Sie hier sind heute. Ich möchte noch sagen, ich spreche heute zu Ihnen nicht als stellvertretender Kreisvorsitzender, sondern als einfaches CDU-Mitglied und besorgter Familienvater. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sowohl die CDU in Stuttgart als auch die Landes-CDU eindeutig sich gegen den Bildungsplan positioniert haben und ihn in dieser Form ablehnen. Nun muss man anerkennen, dass die Landesregierung die Einführung des Bildungsplanes um ein Jahr verschoben hat. Das muss man anerkennen, man muss auch loben. Aber wir vermuten, dass das nicht aus Einsicht geschehen ist oder auch nicht der CDU zuliebe, sondern das ist geschehen, weil Sie demonstriert haben, weil Sie protestiert haben, weil Sie Ihre Bedenken angemeldet haben und sich nicht politverdrossen zurückgezogen haben, sondern aktiv Ihre Meinung geäußert haben, Ihnen gehört das Verdienst. Der Kreisvorstand der CDU hat schon am 11. März dieses Jahres einstimmig, ich betone einstimmig, beschlossen und eine Stellungnahme verabschiedet, in der die Landesregierung aufgefordert wurde, den Entwurf grundsätzlich zu überarbeiten und die Sorgen der vielen Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Auch hat die CDU Stuttgart den Stellenwert, der dem Thema sexuelle Vielfalt in dem Entwurf beigemessen wurde, für überzogen gehalten und es abgelehnt, den Toleranzbegriff allein auf dieses Thema zu reduzieren. Weiterhin erinnert die CDU Stuttgart daran, dass die Werteerziehung in erster Linie Aufgabe der Eltern ist. Das ist übrigens auch die Meinung der Bundes-CDU. Und etwas, was auch ganz wichtig ist, der Vorstand hat sich dagegen verwahrt, dass Kritiker des Entwurfs, also auch Sie alle, automatisch als intolerant abgestempelt werden. Vielmehr ist genau eine Verweigerung der Diskussion intolerant. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das auch sagen, es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, mit welcher Ungeniertheit, Nonchalance oder sollen wir besser sagen Unverschämtheit, im Namen von Nichtdiskriminierung, diese Demonstration und die Sorgen der Eltern diskriminiert werden. Wir sind weder rechts noch extrem. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Und eins noch, wenn Sie ganz, ganz links stehen, dann erscheint Ihnen alles rechts, sogar die Mitte. Das ist die einzige Erklärung. Ich darf noch eins sagen, wir hassen auch keine Homosexuellen. Ich glaube, weder Sie, die hier sind, noch die CDU. Wir heißen Sie willkommen in der Partei, in Vereinen, als Nachbarn. Toleranz ist eine Selbstverständlichkeit. Aber welche Werte, dankeschön, aber welche Werte und welche Normen in Fragen der Sexualmoral gelten und dann unsere Kinder weitergegeben werden, das hat gefälligst nicht der Staat und auch nicht irgendwelche Interessengruppen, sondern erste Linie, die Eltern selbst zu entscheiden. Nun, lasst Sie mir noch zwei, drei Sätze zur Haltung der Landes-CDU sagen zu dem Thema Bildungsplan. Nun, die Landtagsfraktion hat vorgeschlagen, dass die Regierung anstelle der Heraushebung der sexuellen Vielfalt den Begriff der Toleranz in den Mittelpunkt stellt. Das war eine Forderung. Dann hat ja jetzt inzwischen die Landesregierung die Leitprinzipien in Leitperspektiven umbenannt und wir können sagen, es ist zumindest der erste Versuch eines Neustarts, aber es droht eine bloße Aufhübschung zu sein, so hat die Landtagsfraktion das gesagt, zumal 90 Prozent des Inhaltes des Bildungsplans immer noch gleich sind. Vor diesem Hintergrund fordert die CDU in Baden-Württemberg den Kultusminister auf, die Leitperspektiven besser ganz aus dem Bildungsplan zu streichen. Und meine Damen und Herren, ein letzter Satz zur Haltung der Landtagsfraktion. Die Landtagsfraktion hat in einer Pressemitteilung gesagt, der Kultusminister ist gut beraten, darauf zu achten, dass der Bildungsplan nicht dazu genutzt werden kann, Schülerinnen und Schülern fremde Meinungen im Unterricht überzustülpen, sondern ihnen auch künftig die Möglichkeit der Entfaltung in Freiheit bietet. Einen Gesinnungslehrplan lehnt die CDU entschieden ab. So, meine Damen und Herren, ich darf sagen, dass alles, was sich da jetzt bewegt hat, ist nicht von selbst geschehen, sondern es ist nur geschehen wegen den energischen Anstrengungen von Ihnen im Rahmen der Petition, von diesen Demonstrationen. Deswegen gebührt Ihnen ein ganz großes Lob. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch wichtig, dass wir unsere ablehnende Haltung gegen den Bildungsplan weiterhin zum Ausdruck bringen. Es gibt leider in anderen Bundesländern, die rot-grün geführt sind, genügend abschreckende Beispiele, wie das Erziehungsrecht der Eltern total übergangen wird und der Frühsexualisierung von Kindern Tür und Tor geöffnet wird. Niedersachsen sei nur als ein Beispiel genannt. Der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit, hat Thomas Jefferson gesagt. In diesem Sinne, lasst uns weitermachen. Vielen Dank. Bravo. Danke.